Ich lese den Anfang meines Romans Ostergewitter. Lenin, sage ich auf Mutters Diagnose hin, war am Ende ein einziger Krampf. An Schnüren aufgehängt stelle ich ihn mir vor, die Arme und Beine zucken, Gott, den er sein Leben lang zu vernichten suchte, ein rachsüchtiger Puppenspieler. Die Syphilis fraß ihm Löcher ins Hirn, die Schlaganfälle häuften sich und die Epileptischen, bis er eines frühen Wintermorgens von einem 50-minütigen Grand Mall geschüttelt und von einem gänzlich ideologiefreien Grand Mall in einem majestätischen Schnabel davongetragen wurde. Mutter schlitzt die Augen, nein, sowas, sagt sie, dieser Bolschewistenspitzbart, wo kommt der denn auf einmal her? Im Gegensatz zu Lenin, der bettlägerig war, habe ich am Tisch gesessen, wild mit den Füßen getrampelt, bin mit blau angelaufenem Gesicht zur Seite gegen Feindlings Schulter gekippt und habe zum Fürchten Grimassen geschnitten. Christian hat Amina am Arm gepackt, los raus hier gerufen, als sei Fliegeralarm, sagt Mutter. Hast geschnaubt wie ein Tier, mit zusammengebissenen Zähnen, der speichelt zwischen den Lippen, rosa Blasen, vom Zungenbiss, richtiger Schaum. So, so, gegen Feindlings Schulter, wie rührend, als stecke ein Anlehnungsbedürfnis dahinter, ausgerechnet an ihn, den ich ablehne wie nichts sonst, ausgerechnet am Ostersonntag Mittagstisch, zur Feier der Auferstehung. Mutter beugt sich über das Sofa, auf das man mich gehievt hat, und zückt ein patronenähnliches Lämpchen. Sie wird mir doch nicht die Augen ausbrennen. Das Ding sieht aus wie Aminas Laserpointer, mit dem sie gern einen roten Punkt an die Wand wirft, weil dann die großelterliche Katze danach springt. Aber nie in die Augen damit, Amina, hörst du? Doch das Licht ist weiß und Mutters Krankenschwesterstränge professionell, nicht tückisch. Ich muss meinen Namen sagen, mein Alter, den Wohnort, korrekt. Mein Blick folgt ihrem Zeigefinger von links nach rechts und wieder zurück. Der Puls ist normal, die Blutdruckmanschette quetscht meinen Oberarm, niedrig. A-Leit, sagt sie, du musst einen Termin für eine Kernspin machen, vielleicht ein Tumor, Veranlagung. Man weiß nie aus der Michael-Familie. Natürlich, alles Krankhafte kommt von meinem Vater. Die sieben Jahre jüngere Hendrikje hingegen, Halbschwester und vom genetisch offenbar einwandfreien Stiefvater, führt bis bei auf pubertäre Ohnmachtsanfälle und eine viel zu früh geschlossene Ehe mit viel zu langer Scheidungsphase in den Augen unserer Eltern ein kerngesundes Leben. Mit Hauskauf, Neumann, Nagelneuauto und in solider Anstellung. Stadtverwaltung, da schlummern noch Talente. Während ich als Hausfrau ohne Haus und ohne mich je als Frau an der Seite eines Mannes, überhaupt eines Menschen, anfangs nicht einmal meiner Tochter betrachtet zu haben, hochschädliche Anlagen in mir trage. Das hat man aber der Abstammung wegen Kommen sehen. Als Kind von so einem ist man nicht ganz normal. Und das gerät mir gleich nach dem Aufwachen und dem ollen Lenin in den Kopf, dass sie jetzt wieder etwas zu lästern hat über die väterliche Seite meiner Herkunft. genau das wir다고 gest такие Anlagen zu tun haben. Wir machen das Kommen vorsichtig an, weil es sich definitiv gutarzt wird. Wir machen ... Wirker nun 32k